Moin Moin. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem wunderschönen Bingen. Hinter uns der Mäuseturm. Du musst deinen Kopf beiseite nehmen. Da so? Genau, da jetzt mittig. So, da in der Mitte ist er. Ja, wir sind jetzt gerade weitergefahren nach Bingen. Und hier gucken wir mal, was es so gibt. Was so schönes gibt. Das ist hier der Zufluss von der Nahe zum Rhein. An der Ecke stehen wir jetzt gerade. Rhein-Nahe-Eck, oder wie heißt das? Ja, Zufluss-Rhein. Im Rhein ist es noch Rhein-Nahe-Eck. Uh, Kasper-Gefrühstück. Ja, Wetter ist nicht so schön, aber ist halt Winter. Kein Schnee mehr. Hat heute Morgen wieder mal geschneit. Allerdings. Wir können dem Schnee nicht entfliehen, aber war nur ein bisschen. War nichts. Ja, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen das Städtchen Bingen an und dann sehen wir weiter. Dann fahren wir auch weiter. Und dann fahren wir auch weiter. Mal gucken, wo es uns hin treibt. Genau. Mal eine schöne Ecke, wo man vielleicht mal so ein, zwei Tage bleiben kann. Ja, okay. Alles klar. Das ist gar nicht. Naja, wie es war ich. Musik 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 Da war mal das alte Kloster. So sieht es heute aus. Hildegas von Bingen Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, wir suchen uns jetzt noch ein Bäckerchen. Für ein Leckerchen. Für ein Leckerchen. Heute mal Mittagchen. Fürs Käffchen. Fürs Käffchen. Fürs Käffchen. Leckerchen. Fürs Käffchen. Wir haben die Masse. Fürs Käffchen. Fürs Käffchen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir suchen uns einen neuen. Wir sind jetzt hier in Oberwesel. Der geht gar nicht. Er ist zu. Er ist im März wieder geöffnet. Zufahrt ist auch sehr eng. Das habt ihr gerade gesehen. Jetzt fahren wir weiter nach St. Goa. Wir suchen den nächsten jetzt raus. Genau. Leider habe ich hier nur E. Wir sehen uns. Und noch ein Leibling hier. 500 Meter hoch. Aber wieder ordentlich gefüllt. Da unten ist der Platz. Da stehen schon welche. Hier? Ja. Okay. Da. Ja. 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 Wir sind ja noch mal gucken, ob das hier mit dem Strom alles so ist. Wie es also ist. Schauen wir mal. Ja gut. Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die hier stehen. Ich. Habt ihr gemerkt? Ich habe nicht gesagt Einzigste. Einzigste. Ich lerne dazu. ich schicke jetzt mal frauchen los ganz normale aufbau routine ich gehe jetzt mal an eine anmeldung voll spaß hier so hier auf dem stellplatz an der lorelei da ist er habe ich dann auch endlich mal meine lampe bekommen bauen wir jetzt mal kurz ein so fertig 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 das kann weg ja da ist der stellplatz wie heißt der stellplatz hier genau hast du eine ahnung st lorelei blick oder sowas lorelei blick oder sowas in st goa also lorelei blick st goa sind die ganz nett ich weiß nicht 200 plätze oder sowas wenn hochwasser kommt ist alles vorbei dann geht hier nichts mehr strom haben sie entsorgung haben sie frischwasser haben sie gefunden park von eid hier haben wir nochmal den stromkästen hier haben wir nochmal den stromkästen jede menge so und geiler ausblick direkt am rhein direkt am rhein stehst du hier stehen wir hier ist der rhein wlan gibt es auch kostenpflichtig 50 cent am tag ist vielleicht nicht ganz leise hier wie auf dem friedhof weil wirst du die rhein schifffahrt die fährt auch nachts und die baggern hier natürlich mächtig hier den rhein hoch da müssen wir mal ordentlich pass so direkt gegenüber ist Bahnstrecke und da ist auch noch irgendwo eine Bahnstrecke also wer geräuschempfindlich ist für den ist das hier nichts über Nacht ja und diese komischen Fliegeviecher hier diese Gänse Gänse soll hier wohl eine Plage sein im Sommer im Winter ist jetzt relativ wenig von denen die ein oder andere Humpeliese habt ihr schon gesehen beim Reinfahren naja aber so ein schöner Platz sehr schöner Platz echt also auch so von der Aussicht wir werden jetzt mal Richtung Koblenz gucken mal gucken was da so los ist Deutsche Eck und so ne so Entsorgungsschemietoilette zum Beispiel ist hier und hier geht es in so einer sind die Duschen verheizt schön warm hier drin nicht schlecht nicht schlecht da gibt es jede Menge von da gibt es jede Menge von so der letzte Blick auf die Loreley auf gehts nach Koblenz was ist da ja hier ist eine aber das weiß man ja dass der Rhein eine sehr starke Strömung hat und da haben die Brötchen also richtig Schwierigkeiten der hat jetzt die ganze Zeit auf der Stelle gestanden jetzt geht er weiter so weiter gehts